Alter, meine Fresse, wisst ihr wie viel verdammten Spaß das gerade bringt? Ja, das ist so geil. Ey, das macht richtig Spaß, mann! Yo, hallo, servus und heute zu einem anderen Runde der Plans, was wir uns gar noch vereint, das wird aber vorerst die letzte Runde wieder für eine gewisse Zeit lang sein. Ich wünsche jetzt viel Spaß, bis dann und tschau. Also zum Beispiel. Was spiele ich jetzt? Ach, ich will nicht zum Beispiel spielen, ich will den mit Pflanzen. Aber die sieben GW1 einfach so geil aus. Hey, just, denn guck mal! Ah! Guck mal! Mein Hipster-Ding, wenn ich auch... Ey, das ist doch voller beschützt, ich bin ganz unterwegs von einem Team, Alter. Oh, jetzt wird das Beste, jetzt kommt der beste Char der Welt, Alter. Guck ihn dir an, Domi, nicht weghüpfen, nicht weghüpfen! Kitty, guck dir mal meinen Paläontologen an, so muss der aussehen! Kitty, so muss das! LOL! Just look at him! Warte, ich will dich hin, ich will dich hin, Justin! Bleib stehen! Ja! Mir ist das Ding ein wenig, ich bin ähnlich, ich hab auf dem Kopf noch die Halapenius. Statt dem Hut. Die Fotzener! Ey, Matze! Scheiße, Matze, Sau! Scheiße, Matze, Sau! Ja, mit zwei Leben! Ich glaub's auch. Kommst du aus, Matze, Donja? Ja, das ist Matze, Mann! Wir machen da so ne Scheiß-Modenschau, dann kommt einfach ein Typ mit mir beim Geh reingeplatzt! Freck! Guter! Ey, komm, machen wir unendlich, unendliche Serie. Pusten, pußen wir das Ganze. Justin hinter dir, links oben am Berg, ist Matze. Ach, gar nicht! Hab ihn! Wuh! Herr Richard, guck mal, wie hoch ich hier komm und ein Warp! Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Ah, da oben, genau, hallo! Hallo! Das macht einfach so viel Spaß, ey! Ja, mit einer vollen Loppel wird's jetzt einfach wirklich mehr Spaß machen. Das ist schon jemand nachgejoint, der Boss-Kanon und Undize. Aber komm, am Schluss, das mit den Piraten-Schiffen. Oh, das ist so geil! Ich liebe es im Map. Ja, ist klar! Wie gesagt, Kartoffeln sind in dem Spiel so viel relevanter. Das wär tot. Autowarp hat auch endlich mal funktioniert. Autowarp? Wie selten ist das? Ziemlich selten. Und gerade auf 1, 2 ist immer noch selten. Easy Kido! Ach, was dafür Erinnerungen hochkommen sind Wahnsinn. Es macht so viel Spaß, ne. Es macht so viel verdammt Spaß. Wie oft, schätzt ihr, habt ihr... Die März haben einfach so viel schöner. Wie oft hab ich einfach gefragt, ob die man im Spiel spielt und jetzt wird das einfach... Das wird einfach Wirklichkeit. Das ist so geil, ne. Kannst auch nochmal reden. Justin14 erfährt gerade seinen Lebenstraum. Ey, nein, ich freu mich halt richtig, ey, ich freu mich halt richtig doll, ne. Der hat einfach keinen Rückstoß, dieser Charakter, das Wort kennt der gar nicht. Was? Wer? Standardfußsoldat, das Wort Rückstoß ist fremd für den. Der Hund freut sich auf mich. Ist nicht in seinem Duden. Was hast du denn nichts gespürt, als du den armen Mann erschossen hast? Ist doch Rückstoß. Justin14 hat die besten Witze. Nicht? Ey komm, das ist echt gut. Ja. Ja. Der Random springt einfach an mir vorbei und ist jung. Korle, hinter dir ist ein Random oder Indie. Ne, sieben Tonte war das. Let me a more! Mann. Och, ich will auf dieser Map, will ich Tarnkaktee spielen. Das ist so geil. Richard. Ja. Sieben Tante hat das gleiche Design für seinen Feuerkaktier, wie du in deinem Weihnachtsvideo. Na, woher wird er das wohl haben? Das weiß ich noch. Das weiß ich noch nicht mehr. Es hatte sich extra auf einen Zettel geschrieben. Nein, im Ernst, ich hab die Videos und suchte die... Warte, Koala, ich muss dir meinen geheimen Lifehack zeigen. Bleib mal da stehen, Koala. Guck dir mich doch mal an. Du glaubst mir jetzt gleich diesen Haufen. Nein. Dreh dich mal um und guck nach oben. Dreh dich mal um. Hier. Guck mal hier. Lifehack Nr. 1. Und über dir ist ein Büro. Nr. 1. Wow, Lifehack. Den hätte ich noch nicht gekannt. Matze, böse. Oder kennt ihr noch die Zombies? Die heilen Zombies. Das gibt's nicht. die immer weggerannt sind. Die gibt's in Garant vor 2 auch. Aber die sind so selten. Grundsätzlich. Genau, die sind immer weggerannt. Och, das hat so abgefuckt. Oder haben nur auf 124 Leben geheilt. Ja, genau. Oder hier in dem Garten der Standard Camping Spot. Oder hier hinten. Da wird's grüßt. Da wird's grüßt. Oh, da hinten fisch die Giftherbsnehmer. Gitti, hier. Bumm. Wuh. Mir fehlt nur noch ein Jetpack und dann bin ich wie ein Kott, ey. Digga, du bist grad wie ein Kott. Eine Katastrophe. Ich lese jetzt zum ersten Mal, dass da oben Crabby Peach steht. Ey, das macht so viel Spaß. Ey, du klasst mir den Haufen. Oder warte. Kennt ihr noch den Trick mit dem Flaggenzombie? Was? Das war schneller geklärt. Kennt ihr schon hier das Strang-Edge-Stack? Beschwerden und dann fährt man schneller. Für ne kurze Zeit. Das ist aber kein Trick. Dann kriegt man den roten Schweif hinter sich. Ja, das ist aber kein Trick. Das ist aber kein Trick. Das ist Besonderheit. Ich hab so viele Leute gesehen. Die das nicht wussten. Ja, ich wusste es auch ne Zeit lang nicht. Ich wusste es auch ne Zeit lang nicht. Alter, ich kannte das, ne? Ich bin so badass, motherfucker. Ich hab's den irgendwann mal gelesen. In der Beschreibung. Ja. Gibt es nicht Flaggenzombies in Galufo 2? Ich glaub nicht, oder? Ja, gibt es. Ja, doch. Echt? Auch gibt es. Ja, aber das sind halt die ganzen Zombies. Ich find's seltene. Und dann gibt mir das nicht so schnell aus. Das ist voll scheiße. Ich hab hier überall von allen noch 100 locker. Ich hab von allen über 500 mindestens. Ja. Ja, auf Delta 60 sieht's bei mir genauso aus mit 1000, glaub ich. Boah, ich will die Maps hier wieder hab. Ich hab die immer ganz viel aus. Ja, Alter. 3 World's Clues wär schon geil, oder? Hauptschaße. Boah, das wär richtig geil. Alter, meine Fresse. Wisst ihr wie viel verdammten Spaß das grad bringt? Ja, krass. Ja, krass. Ja, das ist zu geil. Ey, das macht richtig Spaß, Mann. Ja, Mann. Wuuu. Ab jetzt, lieber Charsten, ab jetzt können wir das öfter spielen, okay? Ja! Nein. Doch, ja! Oh, scheiße. Oh, geil. Läuft die Aufnahme noch? Alter, ich fühl mich trotzdem an Weihnachten, als ich mir die Xbox nur wegen diesem Spiel geholt hab, ne? Nur wegen dem Spiel hab ich mir die Xbox geholt. So fühl ich mich gerade. Und dann hattest du keine Freunde, mit denen du spielen kannst. Nee, aber es hat so viel Spaß gemacht, weil dann hab ich einfach das Video geguckt und dann hab ich einfach auch den Charakter gespielt, der im Video vorkam. Und dann hab ich da alle rasiert. Naja, eigentlich war ich am Anfang schlecht, aber... Hast du auch nen Rasierer zu Weihnachten bekommen? Nee. Aber ich hab wirklich manchmal die Chas gespielt, die in Richards Video vorgekommen sind. Jaaa, da hast du auch noch heute Geburtstag. Ahaha. Nicht, ja. Systen soll ich mal in einem Video wähnen? Was? Soll ich dich mal in einem Videos wähnen? Was? Wenn ein GW1 Video ist von mir aus, das wird mich, das wird mich glaub ich recht voll. Passt. Ich grüße ihn hier mit Justin. Hallo! Und nicht Domi, nicht Domi. Doch, Domi auch. Domi soll auch gegrüßt werden. Gegrüßte auf Domi. Dann grüße ich Justins Mutter und sie sagt, dass sie dann ihre Brille vergessen hat. Mein Spaß. Ich grüße hier mit Justins Mutter, die das für die E-Nie sehen wird. Weißt du, was ich zeige? Domi, du alter Abstaubermann. Nein, 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 wirklich. Ich zeige das Video extra, deshalb meiner Mutter, Domi. Und dann fragt sie sich, weil ihre Brille ist. Nein, nein, nein. Dann gebe ich ihr einfach mein Handy. Und dann gebe ich dir auf deinen Account und dann mache ich eine Sprachmemo, die sie dann sprechen darf. Dann kriegst du die Reaktion darauf. Ja, Mann. Das hat meine Mutter einfach schon bei jemandem gemacht, Alter. Wie du hochgeflogen bist. Boah, diese Lacherle. Boah, ich bin nachherlein in den Filmen gehört, Mann. Ja, ich spiele jetzt einen Ingenieur mit der Drohne. Er hat mich früher immer so hart gefreut, ne, weil, immer wenn ich irgendwas erreicht habe, klingt so urtraurig, weil, ich wusste halt nicht, dass dieses Freundesystem hier habe ich einfach meinem Vater erzählt. Was hast du deinem Vater erzählt? Was hast du deinem Vater? Ja, was hast du deinem Vater? Haha, sorry. Diese Vorlagen sind einfach nur zu geil. Nee, ernsthaft, das ist so eine der besten Sachen, an die ich mich erinnern kann. Ehrlich. Nein, das war das erste Computerspiel, also ich hatte das ja früher immer auch Computerspiel genannt, was ich wirklich, wirklich, wirklich gut, was lustig war, was mir Spaß gebracht hat, was ich selbst gespielt habe. Mach mal so ein neues LP, Justin, der Enthusiast. Nein, im Ernst, das Videospiel habe ich einfach nur wegen Richard gefunden, ne? Ich bin einfach nur wegen dem. Ist ja voll süß. Also nein, das war so, ey, in Schritt kneifen. Nee, Justin, da hast du. Pascal, das ist wirklich so. Pascal, das ist wirklich so. Ich habe mir das Schiff aufholt. Ich freue mich. Genau deswegen. Ich glaube, das war so, das Spiel konnte man sich nur downloaden, da war man traurig, weil ich damals nicht so eine Antwort auf ihn war. Ich habe mir wirklich einfach nur zu Weihnachten eine Xbox gewünscht mit dem Spiel. Mehr habe ich mir nicht zu weinen. Ja, ist klar, dass sieben Tunde mich da seitlich holt. Ja, Domi, nur. Entschuldigung. Meine Eltern verdienen nicht so viel Geld, die können mir das nicht mehr einfach so kaufen. Können sie täglich leisten, ne? Okay, die haben uns gegenseitig. Mehrmals täglich. Das gibt's da noch im Spiel. Wir müssen sparen. Wisst ihr doch, wie man immer so lange gebrannt ist hier? Warum hast du doch nur immer in die eine Socke jissen, ne? Ich hätte jeden Tag eine neue, Junge. Wow, krass. Ist ja zu krank. Ja, schau, Helux hat mich wieder auf 124 Lebenspunkte hoch geholt. Will mich mal jemand davon hindern, irgendwie dieses Ding kaputt zu machen? Ja, ich helfe dir. Ja, ich mach's mit der Drohne. Ach, die Kakteen oder die Ingenieure, die was ewig gebraucht haben, bis sie aus der Drohne gegangen sind, wenn man sie auch schon angeschossen hat. Ja. Glück dir nicht. Glück dir wirklich nicht. Ich hoffe einfach, wir spielen gleich Hauptstraße, ne? Ach, Mathe. Ach, Mathe. Irgendwie habe ich schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Mein Spaß. Ey, ich habe gerade so viel Spaß, ne? Man hört es. Ich habe einfach einen Bart aus Diamanten. Scheiße, du hörst. Nein, ey, das macht doch so viel Spaß, Mann! Komm runter. Komm mal runter, Peter. Runter. Ich geh jetzt mal da rein. Wisst ihr noch, wenn man alles als Pflanze durch diese Kanone geschafft hat, dann die Pegge. Ja. Ohne Mist, Leute. Ich habe es gerade einfach original auf dem Heavy-Lander-Platz geschafft. First try. Das ist so selten. Wer weiß es noch? Nein, das war auch nicht selten. Das ist so einfach. Ja, aber ich habe es noch nie wirklich, ich habe es schon öfters geschafft, aber ich weiß nie, was ich da besonders gemacht habe. Kitti, sorry. Na komm, Matze. Du musst die Konsole einmal schräg angucken, dann geht das. Habe ich auch schon mal probiert. Yoshi, wo bist du? Wo ist Yoshi? 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 Ich mache einfach die ganze Zeit Schaden an dem Zeug. Und niemand hält mich auf. Boah, es kann. Alter, Yoshi ist einfach so ein gestrandeter. Ich schieße mit drauf. Ich will nicht mehr sterben. Drauf damit. Ich will gesehen werden. Ich habe wieder zwei Abzeichen und dass sie raus aus hätten wir einen Penis kreiert. Ich habe kaum den Trigger nicht mehr auf, dann habe ich eine gute Runde. Komm, nimm Richard nicht mehr auf, bin ich immer noch der Beste. Mein Spaß. Ja, war war der Beste. Trimm die ganze Zeit auf. Ja, ich wollte es gerade sagen, Richard, nimm nur auf. Nimm wirklich immer auf. Das macht mir gar nichts. Wenn ich schneide dieses Szene bitte an, ans Ende der Video. Und ich erkläre, Alter, nur 10.000 Punkte für ein Spiel, das ist ein Garten vor zwei Fällen, das ist nichts. 11.000. Ja, na. Siehst du, das ist echt so bitter. Ja, na. Ich werde nichts sagen, aber erstmal ein Glitzerpack gönnen. Vielleicht kriege ich aber was wegen deres. Jo, das war's mit der vorerst-letzten und den Plan-Stim-Scanum vor eins. Ich weiß nicht, die nächsten Monate wird bestimmt irgendwann wieder mal eine Folge kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.